So, jetzt hat ein paar Stunden die Sonne auf die Limousin gescheint und wir alle wissen ja aus dem Erdkundeunterricht in der Schule, dass eine Batterie sich generiert, wenn Wärme auf sie kommt. Schauen wir mal, steigen wir mal ein in der Limousin. Alter Mann ist kein D-Zug, Freunde. Achtung, Zündung. Geh ich halt wieder rein, produzier'n Hit, kauf mir ne neue Karre. Die Frage ist ja, lohnt sich das überhaupt noch aufzuladen? Läuft jeder TÜV ab, Ende des Monats. Fuck!